Mit der Funktion Elemente können Ansichten von Fenstern und Türen erstellt werden. Ich klicke auf die Funktion Elemente in der Gruppe Metallbau. Diese befindet sich im Pulldown der Funktion Projektion. Als erstes bestimme ich, ob ich das Element mit oder ohne Rahmen zeichnen will, oder ob ich nur das Öffnungssymbol darstellen will. Dann gebe ich die entsprechenden Maße für die Rahmenbreite, die Flügelluft und die Flügelbreite an. Für die Linien der Profile kann ich materialspezifische Leer wählen, in unserem Fall wählen wir Stahl. Für das Öffnungssymbol stehen acht verschiedene Arten zur Verfügung, plus eine Variante ohne Öffnungssymbol. Ist das Öffnungssymbol definiert, bestimme ich den Leer für das Öffnungssymbol. Hier stehen drei Glasleer zur Verfügung. Optional kann ich einen Text für einwärts- oder auswärtsöffnende Flügel einfügen. Als letztes bestimme ich die Höhe des einzufügenden Textes. Jetzt klicke ich mit der linken Maustaste in eine vordefinierte Umgrenzung. Ich habe diese bereits vorbereitet. Das Element wird mit den gewünschten Parametern eingefügt. Ich klicke auf Abbrechen, um die Funktion zu beenden. Die Umgrenzung muss nicht zwingend rechtwinklig sein. Auch in trapezförmige Objekte können Elemente eingefügt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.